Erste Versuche, Emil Ozean wagt sich aufs Surfbrett Ganz die Mama! Vor einem halben Jahr wurden Moderator Berkusmak, 42, und Profisurferin Janne Höhnscheid, 27, Eltern ihres ersten Kindes. Emil Ozean vereint in seinem Namen das Beste aus den beiden Welten von Mama und Papa, das lausbübische Image, das an Berlin erinnert, und die Übersetzung des Wortes mehr, das seine Mama so liebt. Und inzwischen probiert sich der kleine Mann schon eifrig in der Welt seiner Mutter aus. Auf dem aktuellen Baby-Pick, das das Adam sucht, Eva, Promis im Paradies Traumpa via Instagram veröffentlichte, posiert der Wonne Proppen mit Papa auf einem Surfbrett. Während auf dem Wasser mit den Wellen tanzt, macht sich schon mal langsam mit meinem Surfbrett vertraut, schreibt der stolze Vater zu dem Schnappschuss. Momentan macht die süße Kleinfamilie Urlaub in Costa Rica. Nachdem sich von einer Fischvergüftung erholt hat, genießen die drei nun die Traumstrände des Landes. Wann sich der kleine Stammhalter mit der Welt seines Vaters vertraut machen wird, ist noch nicht sicher. Denn nun haben erst einmal kein Rückflugticket gebucht. Ganz nach dem Motto, süßes Trio auf Abenteuertour. Weihnachten verbrachten sie bereits auf Kuba. Was glaubt ihr? Kommt die Familie bald nach Berlin zurück? Sind die drei bald wieder in Deutschland? Bestimmt. Emil Ozean soll doch auch Berlin lieben lernen. Ich glaube, das dauert noch. Bis zum nächsten Mal.